F wie Fleece Liner. Ein Fleece Liner ist in den allermeisten Fällen einfach nur eine Trockeneinlage. Diese hier besteht jetzt aus 100% Polyester, ist ein Mikrofaserfrottel, ist sehr sehr weich und hat nur die Aufgabe den Popo trockener zu halten und das Pipi an die darunter liegende Saugeinlage dann eben weiterzuleiten. Ein Fleece Liner an sich kann keine Flüssigkeit aufnehmen, sondern leitet immer nur an das weiter was darunter liegt.